moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge ls 17 in guten state und heute kommt der fendt hier der fenty fendt der fenzige fendt wieder in einsatz der wird nämlich ein bisschen sojabohnen drillen ich hoffe ich fahre gerade richtig doch doch ich fahr gerade richtig ich sollte mal wieder von innen fahren damit ich so ein bisschen auch mitkriege wo ich eigentlich lang fahre und den werden wir jetzt gleich auf das feld ich weiß gar nicht die nummer schmeißen dann kann er da wieder hackengas geben aber mittlerweile kenne ich mich ein bisschen auf der karte aus so dass ich weiß wo ich rein fahren muss und ja damit ich weiß wo ich hin will akuma fällt 15 ist das dann können wir das hier schon mal wieder einstellen sechs meter arbeitsbreite passt glaube ich ja das passt wir wollen starten wir machen noch nordosten und fahren richtung süden wir machen einmal vorgewände zweimal vorgewände dann haben wir das und ich habe jetzt vorgewände zum anfang gemacht netz das möchte ich nicht mit das andersrum haben so fällt 15 zack start und der beginn ist da unten da unten ganz im süden okay dann machen wir folgendermaßen ach so okay verkehrter modus hast recht so jetzt hast du einen richtigen modus und wenn du dann irgendwann später bei der arbeit bist komme ich noch mal vorbei müssen wir nicht noch ein thumbnail machen ihr wisst ja phantom thumbnail ist krass so aber eigentlich wieso hast du eigentlich bist du eigentlich so verdreht hier eigentlich wollen wir ja loslegen und für den kleinen jcb den anderen aufsatz holen und das will ich mir mal angucken wie das aussieht wenn der die bäume fällt wo die denn hinfallen aber die einer kralle behält und dann auch so gerade behält und ich denn damit quasi damit rumfahren kann weil der schwerpunkt halt nach oben ist und deswegen es nicht kippen kann oder so oder da irgendwie was passiert oder wie hier einfach wieder über den bordstein rüber flippen so wie jetzt gerade eben so cool wenn der händler noch eine andere einfahrt hätte von der anderen seite hat er wahrscheinlich bloß ich habe die noch nicht gesehen wo jetzt bin ich das verkehrshindernis hier ne sorry aber ich kann auch nicht über die straße über die gewicht fahren das geht nicht das ist schon am dünnen alter ich drehe ich mache nur ein ganz klein wenig ja lol hör mal auf mich anzuschubsen hier ich drehe nur ganz ganz klein wenig das lenkrad und schon zwischen das teil ab hier ist das schon am soja wohn verteilen oh ja es sieht gut aus da passiert gerade kräftig was mit der geschwindigkeit wie viel hatte er schon auf 50 prozent vom dünger runter der new holland das heißt da müssen wir auch gucken alter geiles teil da müssen wir auch gucken wie wir das auf die reihe kriegen pass mal auf wir wollen mal ganz kurz rüber schon zum soja soja menschen a cool der ist auch schon wieder unterwegs nice und was ist hier los und da ist ein versatz drinnen glaube ich ja das ist ein versatz drinnen den müssen wir rausnehmen wo ist er gestartet da vorne alles klar wir müssen dieses teil hinten mal hoch beziehungsweise kannst du ganz zusammenklappen wir starten ja neu da habe ich den versatz noch dran gehabt vom vom flügen sozusagen das ist nicht gut so jetzt noch mal neu starten ist nicht so schlimm kann man passiert passiert den besten sozusagen so das sieht auch gut aus aber da werden wir einiges an da werden wir noch einiges an dünger brauchen bis wir das feld fertig gedüngt haben aber dafür kriegen wir dann auch besseren ertrag definitiv war das nicht immer 30 prozent mehr ja ne 30 prozent mehr nur weil wir einmal drüber düngen richtig nice ich plane ja für alle die es schon so ein bisschen über die ebsdorfer heide mitgekriegt haben oder vielleicht auch noch nicht mitgekriegt haben oder einige haben es wahrscheinlich schon über die ebsdorfer heide mitgekriegt so besser ausgedrückt ich plane ja gegebenenfalls das dürfte noch nicht gewesen sein der dürfte noch nicht gewesen sein nächsten sonntag mal wieder auf der gcv ls 17 zu spielen und stream na also mal wieder cp extrem das wird auch recht nice da habe ich echt bock drauf bin gespannt wie das wie das ankommt wie das ankommt und ja mal schauen wer da wer da so das interesse findet und mal vorbeischaut und mal hallo sagt würde ich mich sehr darüber freuen aber da spielen wir dann wirklich wieder cp extrem ich habe geguckt ich habe zwar den anfangsspielstand gefunden aber leider nicht mehr nicht mehr den letzten spielstand den ich hatte der ist leider den habe ich wohl gelöscht keine ahnung der ist nicht mehr da also müsste ich da denn werden wir da wahrscheinlich noch mal wieder von vorne anfangen das ist aber nicht so schlimm weil also die strecken die cp strecken sind noch da auf jeden fall die bleiben ja die bleiben ja in dem ordner erhalten obwohl es kann sein dass die auch nicht mehr da sind weil ich habe das ja damals auf dem anderen rechner gespielt fällt mir gerade ein ja kann sein dass es auch nicht mehr da ist naja okay da müssen wir halt neue strecken einfahren das ist aber auch nicht so schlimm ist ja eh auf der gcv die gcv ist jetzt ja keine keine so krasse karte dass man sagen müsste dass man sagen müsste was kann ich ja nicht alles machen baum abschalten gerät wechseln aussteigen okay also eigentlich kann ich hier nichts nicht viel machen ich würde mal ranfahren an so einem baum kann ich jetzt irgendwas machen okay hätte ich jetzt irgendwie festhalten können warte mal hätte ich ihn irgendwie festhalten können oder ist das ist das wirklich so dass die jetzt einfach nur umfallen kann ich nicht festhalten oder so irgendwie wirklich was mache ich falsch leute wo ich hätte es mit wo ich hätte das mit dings machen müssen mit der an der maustaste pass mal auf und da müssen wir natürlich jetzt erst mal so müssen erst mal wieder rankommen ne so jetzt müssen wir uns erst mal wieder rankuscheln so jetzt umfassen wir ihn okay der geht nicht aus irgendwelchen gründen der will nicht dann nehmen wir uns den nächsten baum wahrscheinlich geht das nur bei kleinen bäumen nein bleib hier falsche richtung pass auf ein machen wir noch ein machen wir noch wenn der mir auch wieder so wegrutscht ich glaube ich kein bock mehr ne der sagt nämlich auch jetzt wieder nö ist nicht alter was ist das denn für ein rotz ey mal ohne witz ne was ist das für ein rotz gerade eben fällt der eine baum schon so schnell wirklich pass mal auf wir müssen hiervon foto machen ein episches bild machen weil wir machen ja gerade nichts anderes außer das hier und irgendwie funktioniert das aber bei mir nicht irgendwie kann ich das nicht oh bleib hier lieber baum nein nicht da hinten kippen nein nicht nein umgefallen was ein scheiß ich kann nichts machen kann absolut nichts machen ich bin in den fängen des baums ich bin der baum ich kann nichts machen lol euer ernst jetzt aber jetzt komm pump ne oh er hat sich wieder aufgerichtet er hat sich wieder aufgerichtet oder ja es hat er steht wieder okay die säge ist rotze die kannst du vergessen die kannst du die kannst du in der pfeife rauchen die säge da ähm ich glaube wir werden uns wenn wir uns dann wirklich dafür interessieren noch mehr hackschnitzel zu machen könnten könnte ich mir echt gut vorstellen dass wir uns ein scorpion king ausleihen und dann damit hier äh und damit dann hier ein bisschen spaß haben weil das echt momentan eine sehr sehr gute alternative ist um an geld ranzukommen und halt um auch ein bisschen was zu tun zu haben muss man ja auch mal sagen ähm das geht ja auch so ein bisschen um arbeitsbeschaffungsmaßnahmen okay das teil ist das kannst du das kannst du dann pfeife rauchen das lassen wir vom händler wieder abholen das kann er sich sonst wo hinstecken das äh funktioniert auf jeden fall nicht so wie ich es mir vorgestellt habe und dementsprechend ist es durch meinen belastungstest durchgefallen ganz einfach oh ich weiß nicht wie leute mit tastatur spielen können also ich übersteuer bei dem klein so unheimlich mit tastatur das ist ja schon das ist schon richtig so einmal wieder dahin und hier vorne zack sehr schön so kann ich den komplett mitnehmen kriegen wir das komplett hin kriegen wir das komplette paket ich würde sagen ja mit etwas glück lassen wir ein bisschen reinrollen genau das finde ich gut so das müssen wir noch einmal umdrehen sehr schön obwohl das natürlich jetzt ja okay wir schneiden einmal durch ich werde ihn einmal durchschneiden und zwar wenn wir ihn hier einmal abkappen ich habe es versucht aber der lässt sich halt doch auch gerade wenn es jetzt gleich hoch geht ähm hier ein bisschen besser bewegen äh bewegen und reinlegen sehr schön so ich mache mal den Hexler an dann können wir nämlich da auch wieder ein bisschen was achso erst anmachen und dann anmachen dann werden wir hier auch gleich wieder was los ähm naja es geht los es geht los chillt mal ich bin ja ich bin ja schon zu Gange ich eile ich eile ich eile alles schön rein so dann kann ich jetzt nämlich den nächsten Stab gleich holen das hier müsste sich von alleine rein fressen so die Theorie tut es aber nicht und ich bin verkehrt davor gefahren weil ich will ja die dicke Seite zuerst rein haben dann habe ich auf jeden Fall mehr davon das funktioniert tatsächlich deutlich besser ne wenn man wenn man gerade mit der Schaufel drüber geht das funktioniert deutlich besser äh oh zack sehr schön ich weiß nicht ob das jetzt das gleiche was wird ne das wird nichts da müssen wir einmal da müssen wir einmal hier hinten nochmal ihn anstoßen so ja okay das ist gut das sah so ein bisschen kritisch aus ne wenn das da wenn das da nicht so hundertprozentig funktioniert ich finde krass dass die ganzen anderen Fahrzeuge irgendwie sich überhaupt gerade nicht melden obwohl Dünger wird sich gleich melden sehe ich gerade schon der Dünger wird sich gleich melden na komm schon was ist denn jetzt hier oh nein oh diese pass mal auf okay andere Seite wenn er wenn er fünfmal mir aus der Hand fliegt äh vielleicht kapiere ich es dann ja nach dem 27. Mal so sehr cool jetzt müsste ich aber auch das andere reingeschoben bekommen rein theoretisch hoffe ich zumindest auf jeden Fall wenn ich das ein bisschen zärtlicher mache diesmal okay das sieht gut aus na komm schon ja jetzt 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 geht es rund hier nimmt er den unteren Stab auch gleich mit ne ne da sagt er wieder ne ne den lassen wir mal liegen da habe ich jetzt keinen Bock drauf so jetzt haben wir aber alles drin hoffe ich so wie sieht das mit dem Anhänger aus nicht dass der verläuft ah okay das sehen wir ja an der Anzeige ein bisschen ne ja genau das sehen wir ein bisschen an der Anzeige was ein Acker war es ne das ist also Holz machen ist echt anstrengend so Maschine wieder aus nicht dass wir nicht dass wir zu viele nicht dass wir zu viele Stunden drauf äh äh produzieren ich werde jetzt erstmal wieder das Holz rausholen aus dem aus dem Knick was wir da haben das legen wir dann hier vorne erstmal hin und werden das dann quasi erstmal erstmal ein bisschen klein schnibbeln ach so so war das erstmal ein bisschen klein schnibbeln dadurch dadurch haben wir dann auch nicht mehr so viel dann ist es nicht mehr so ein Krampf mit dem mit dem kleinen Kompaktlader genau nicht hier immer nicht immer hier gleich rein sägen wollen so ähm aber wie gesagt erstmal rausziehen das was hier an Holz drinnen rum liegt falls ich das einfach so rausgezogen bekomme natürlich äh die Wahrscheinlichkeit ist natürlich äh mal wieder gering ja es ist natürlich nicht so gut wenn ich das wenn ich das so mache ne wisst ihr was wir machen der kleine Kompaktlader ist süß ja der ist süß der kann auch eine Menge definitiv aber ich hole mir jetzt hier ein richtiges Forstgerät ein richtiges Forstgerät was sollte er hier kosten in der Miete 17.000 ja machen wir scheiß drauf wir werden wir machen das einfach mal wir machen jetzt einfach mal richtig Show hier alter jetzt geht das nämlich ab hier dann haben wir nämlich auch endlich endlich mal ein alter was ist denn mit dem ah lol oh no ah hier ist noch lenkungstechnisch was falsch eingestellt sehe ich gerade wenn ich Gas gebe dann geht der geht der Kollege runter das ist nicht gut aber soll kein Problem sein hoffe ich oh das muss ich einstellen das muss ich definitiv nachstellen oh das ist ja ätzend wo würde er denn ganz hingehen bis er unten auf dem Boden ist und mich bremst dadurch kann ich können wir mal können wir mal den bisschen wegfahren so genau der muss auch irgendwann mal sein sein Punkt erreicht haben wo er nicht mehr tiefer geht oder das können wir mal umstellen bitte dass es nicht mehr auf der rechten Maustaste liegt eigentlich war ja meine Idee dass ich sie rausziehe mit dem Kollegen hier und gegebenenfalls auch rauflege aber dafür muss ich tatsächlich erstmal die Steuerung einstellen wisst ihr wie lange das dauert so eine Steuerung richtig einzustellen bis da drauf keine obwohl eigentlich müsste ich nur ja okay das müsste eigentlich einfach gehen mache ich das jetzt gleich oder mache ich das ja ich glaube ich mache das jetzt gleich dass ich das mal einstelle und dann mache ich halt erstmal mit der Aufnahmesession wieder wieder Schluss das ist zwar ein bisschen ärgerlich weil ich eigentlich gerne drei Folgen hätte aufgenommen aber dann sind es halt jetzt erstmal zwei Folgen aber dafür können wir das nächste Mal dann hier richtig mit der mit dem Force Gerät mit dem Kollegen hier quasi die ganzen Baumstämme hier easy peasy rausziehen und dann hier auf der auf der Koppel weiter bearbeiten ist schon ein bisschen viel Aufwand guck mal ich bremse gerade ist wirklich ein bisschen viel Aufwand was ich hier betreibe aber es geht um den Spaß und den habe ich gerade ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich dafür dass ihr eingeschaltet habt danke für den ganzen krassen Support wenn es euch gefallen hat würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr möchtet sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bis dann tschüss